In der Konflikten geprägten Welt, das Versprechen von Frieden, Sicherheit und Wohlstand tatsächlich wird. In ihren verschiedenen Ämtern haben sie mit großem Nachdruck dafür gearbeitet, dass die Probleme zwischen Politik und Bürgern, zwischen Regierenden und Regierenden nicht größer werden. Sie haben immer wieder betont, dass wir verständliche Fragen brauchen, aber auch Durchlässigkeit für die Fragen und Probleme, die die Menschen entwickeln. Von neuen Konflikten geprägten Welt, das Versprechen von Frieden, Sicherheit und Wohlstand tatsächlich erfüllt. In ihren verschiedenen Ämtern haben sie mit großem Nachdruck dafür gearbeitet, dass sie von 18 wechselten sie in der Repräsentation, heißt auch im Europäischen Parlament, die Punkt der Fußabdrille der Welt. Ganz wie es ihre Art ist, mit Mut und Elan, mit der richtigen Mischung aus Offenheit und Humor, Nachdenklichkeit und Selbstreflexion. Ich wünsche Ihnen für Ihre neue Arbeit Energie, Erfolg und langem Atem. Ich darf dazu die Urkunde verlesen. Im Namen der Bundesrepublik Deutschland entlasse ich die Bundesministerin Dr. Katharina Barley auf ihr Verlangen aus ihrem Amt als Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz. Für die dem deutschen Volke geleisteten treuen Dienste spreche ich ihr Dank und Anerkennung aus. Der Bundespräsident Unterschrift. Dirk Danke schön. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018